bau doch lampen wenn wir spät im mittelalter machen dann gibt es keine ja mal ein paar wackeln war schon geil aus danke ich bin voll was brauchst du brauchst du irgendwas noch eine tasche auf der gebieter was mit was du mitnehmen kannst was jetzt nicht unbedingt braucht die farbe brauchen das brauchen ja hast du noch streichelzer in den inventar drinnen ich habe nur noch vier stück auch der fackeln gut dann mache ich jetzt mal ein paar fackeln und dann nehme ich euch auch mal das die steine weg ja es wäre super kommt am besten zuerst zu mir ich habe schon so voll ich wollte schon ja nicht mehr wohin damit oder ihr könnt ja auch schnell selber hochlaufen ja da laufen wir gemeinsam weiße wo bin ich denn jetzt kommen papi laufen gemeinsam schnell ich mache nun voll mit fackeln und werkzeug und müssen wir jetzt da hinten auf euch hinterher aber langsam bitte die fackeln hier nicht weg machen die sind nämlich genau mit absicht so dran wie ich so oder unten auf dem weg zum ding zum portal sind sicher wenn ihr mal in der kathedrale seid bitte nicht die fackeln weg machen die am boden stehen die sind mit absicht so ja ich mache das dach weiter die kommen hier rüber jubb lassen sollen in eine andere richtung laufen ja schnell einfach das portal wo ist das dann hier die tür geradeaus vor ja geil reinstellen und dann war ja ich mich hat das sicher ledig gehabt nein näher an scheiße ist alles weg was der karte ist die bischen ja nein wie ist es passiert und rüber springen ich weiß nicht ob das nur holen kannst das ist verbrannt alles ja jetzt ich kann laufen nicht ärgern das gehört zum spiel dazu ah aber ich hatte so viel eh ja aber das wird dir immer wieder passieren ein lebt so leute ich werde für heute schluss machen hat echt spaß gemacht auch zu euch zuzuschauen ich werde morgen gegen mittag wieder auf dem tier sein bis dann gute nacht gute nacht lebs und ich hatte so viel die nächste gestorben oder was das passiert einfach wie oft ich war einmal das schlimmste war einmal ich war unten 16 diamanten 16 diamanten und dann tot da seid aber in den klar war gefallen weil irgendwann ich will noch mehr ich will noch mehr dass mir auch noch mit und ja das gehört das ist passiert weil ich mich verlaufen haben wollte drückt zum mittelpunkt habt ihr den lava nicht gesehen ja das passiert macht euch darüber mal kein kopf oh oh ah So. Also das Werk zum Teil ist noch da. Halt. Ich könnte einiges hier retten. Ah, cool. Na also ist doch nicht alles verloren. Oh, 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 oh. Da kommt noch ein bisschen. Ja? Die Werkzeuge sind so unten in der Kiste drin. Weil dann würde ich mir jetzt noch mal ein paar Werkzeuge nehmen, dann komme ich wieder runter zum Loch. Ich gehe jetzt auch noch mal rein. Ja, aber jetzt ein bisschen kurz warten. Jetzt lässt du mich wieder nach. Okay. Ich bin mir gerade eine am machen, John. Was? Du machst es dir drauf? Ich bin mir eine Tiarete am machen. Ach so. Das geht nicht so schnell. Ach ja, macht voll Spaß, aber langsam merke ich die Müdigkeit. Boah, wir sind jetzt schon fast sechs Stunden da dran. Das sind ja 30 Teile. Geht schlecht, ne? Ne, warte mal. Vier pro Stunde. Sechs Stunden. Sechs pro Tag sind 24 Teile. Ja, jeden Tag wird eins bis zwei Folgen aufgemacht. Sechs Stunden. Schon 30 Teile, dann hättest du für einen Monat halt zu machen. So, wenn ich jetzt nur einen, wenn ich jetzt nur jeden Tag eins aufmache, das wird schon reichen. Hi. Hi. Mann, das hat mich eben geärgert, ey. Ach mein Gott. Ich hab mich schwach zu ärgern. Wärst du in den Gründen gestorben? Warst du, Kelly, oder Manni, du? Ich. Ah, das Zeug hat mich eben gerettet. Ja. Und ich bin in der Lava getötet. Ja, in der Lava? Das ist weg. Das ist weg, ja. Ben, lass das Bett nur um. Also. Aber Manni, ich zeig dir jetzt gleich was zur Entschädigung. Wenn mir irgendeinem Geist entgegenkommt, schwölschen, hau ich so dem was und die Spitzhacke in den Kopf. Oh, keine Spitzhacke mehr da. Apropos Spitzhacke, ich brauch dann Eichenholz. Weißt du, wie man die craftet? Du gehst jetzt an die Truhe daneben. Da sind Stöcke drin. Manni, wo bist du? Ne, sind keine Stöcke. Ich muss mir Holz machen. Was? Wo bist du, Manni? Doch. Ich bin wieder am abbauen hier. Die roten Steine. Ach so, okay. Ne, ich dachte, du bist hier. Bei Holzerzeugnisse sind auf jeden Fall Stöcke drin. Eine Person brauche ich jetzt. Hat die Eichen mir besorgt. Ich brauche Eichenholz. Warum habt ihr denn wieder Eichensetzlinge anpflanzt? Hier sind nur überall Tannen. Das ist ja echt doof. Ich brauche nämlich Eichen. Die Eichenweichen. Ja, ich stand schon. Sorry. Ja. Nix aus, sorry. Gibt es nicht. Nix, Küste. Ich brauche doch immer noch Steine, ne? Dafür, für die Fackeln. Ja. Bruchstein. Hinten in der Truhe 10 ist Bruchstein. Ich habe gar keine Fackeln mitgenommen, ey. Scheiße, ich auch nicht. Für Fackeln braucht man doch kein Bruch, kein Stein. Nein. Kohle braucht man. Ja, du wolltest doch jetzt Ding machen. Äh, Hacken, oder nicht? Ich bin total bekloppt heute in der Birne. Du wolltest dir doch jetzt Spitzhacken machen. Genau. Also. Bruchstein und Stöcke. Ich bringe euch Fackeln runter. Ich habe echt eine an der Wache. Ehrliche Antwort oder ne Lüge? Ne, wenn es bloß eine wäre. Wie für Zuschauer haben wir überhaupt? Vier. Drei. Bei mir werden vier angezeigt. Wobei er eigentlich abzieht aufs Nightboard. Ähm, Kelly. Ja. Wenn du in der Bergbank stehst, sagst du mir Bescheid, ne? Ja. Sag ich jetzt Bescheid. So. Besser dann noch immer ne Teorie. Okay, also. In der Mitte, also unterste Reihe in der Mitte, Stöcke. Ja. Ähm, dann direkt drüber nochmal Stöcke. Ja. Und dann hast du die oberste Reihe frei. Ja. Da legst du in jedes Kästchen Bruchstein rein. Da legst du in jedes Kästchen Bruchstein rein. Ah, ich bin gut. Nee. Bin besser. Aber soll ich mal was sagen? Macht richtig Fates jetzt hier. Komm, ihr könntet mir noch stundenlang die Zeit. Geht hier so schnell rum mit euch. Das ist der Hammer. Ehrlich. Macht unheimlich viel Schuss, ey. Das ist gut. Vor allem, wenn man sieht, was dann entsteht, ne? Das ist mega. Ja. Ja. Vor allem, wie ich gekommen bin, da war da noch nichts. Und guck dir das jetzt mal an. Ja. Ja. Das war bei mir bei Minecraft schon immer so. Wenn ich mich wo festgebissen hab, dann konnte ich einfach mal aufhören. Ups. Soweit muss ich gar nicht. Ja. Ja, total geil, ey. Ah, ich musst du morgen raus, oder? Nö. Morgen ist Samstag. Heute, also jetz ist es Samstag. Taree, morgen muss man, äh, steht morgen was an mit Teilen oder so? Morgen Mittag? Ja, die Video sollte was kommen. Taree, hinter dessen Fackeln. Ja, aber die kann ich auch späten Nachmittag vertrauen, ne? Ja, schon. Das wäre ja kein Problem. Ja, vor allem, da geht's auch in Abwand runter, ne? Haha. Hier. Ein Schritt weiter und kabumm. Da ist aber die eine Seite schon fast fertig mit dem Dach. Voll cool. Ey, Eis, kannst du mal hier hochkommen? Warte, ich komm mal runter zu dir. Dann musst du mal mit mir kommen. Danke für die Fackeln, Eisgiby. Komm mal mit hier. Musst du dir mal angucken hier. Hier wohnt einer. Ich hörste, wohnt einer. Da müsst ihr auch aufpassen, gell? Leute, hier ist eine Kiste. Die Nässekisten. Wow, mega. Uh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Diamanten hat er gefunden. Wow. Wenn Glowstones drin sind, mitbringen, gell? Wie viele, Manni? Ach ja. Ich kann gar nicht sagen. Wenn ihr Glowstones findet und abbauen könnt, wenn ihr hinkommt, dann bitte auch an das denken. Ja. Das braucht man schon auch noch für Beleuchtung. Ich hab irgendwie ne Rüstung hier. Geil. Wie nennt sich die? Äh, Pferderrüstung oder wie die Rüstung? Ah, zum Pferdezähmen. Da kannst du Pferdezähmen oder mit dem Pferd reiten. Dann bist du doppelt so schnell unterwegs wie normal. Manni, hier hast du erstmal Fackeln. Geil, ey. Was ist das? Manni, pass auf mit dem Abbau und ich brauche, dass das auf einmal runter geht. Also, wo sind wir denn hier? Hier geht es noch höher, Eis. Da oben geht es noch nicht weiter, das ist das Problem. Das sind so, so schwarze Steine. Achtung, Achtung. Was? Scheiße. Was? Was? Bin wir heile. Manni, pass auf, hier ist ein... War ja mich grad vergiftet. Hexe, oder was? Ist jetzt von euch jemand unterwegs wegen Eichenholzstämme zu besorgen? Nein, oder ihr seid alle da unten? Ja. Die sind alle unten. Da ist noch einer. Ach, Skelett ist das. So, jetzt bin ich schon wieder gleich leer. Ja, dann gehe ich jetzt mal schön Holz hacken. Hab ich jetzt Zweck da? Äh, haben sie. Oder irgendwas. Ich weiß nicht, was ich schon... Ich weiß nicht, was ich schon... Ich weiß nicht, was ich schon... Ich weiß nicht, was ich schon...